Du möchtest Geld verdienen beim Spazierengehen? Das klingt total verrückt und meistens sind die verrücktesten Ideen die besten. Und ich verspreche dir, ich zeige dir im Detail, wie genau du Geld verdienen kannst, einfach indem du durch die Stadt läufst. Wie genau das funktioniert, das erfährst du jetzt. Hier. Hallo, hier der Steve von Geniale Geldideen. Ich habe es gerade schon gesagt, manchmal sind die verrücktesten Ideen die besten, vor allem wenn es darum geht, online Geld zu verdienen. Zum Beispiel, indem du ganz einfach nur durch die Stadt läufst. Ja, das klingt ziemlich verrückt, aber es funktioniert, denn es gibt Menschen, die machen damit richtig, richtig viel Geld. Wie du das auch schaffen kannst, das verrate ich dir in diesem Video in den nächsten Minuten. Wenn dir das gefällt, dann lass doch gerne einen Like da und natürlich freue ich mich genauso über ein Abo meines Kanals. Wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du auf keinen Fall ein neues Video und bist immer ein kleines bisschen schneller informiert, wenn es etwas Neues an Strategien geht, rund ums Thema Geld verdienen im Internet als die Konkurrenz und kannst dann sofort damit loslegen. Apropos loslegen, genau das werden wir jetzt tun. Also, wie kannst du durch Spazierengehen Geld verdienen? Zum Beispiel mit YouTube. Wenn du mal bei YouTube bist und oben in die Suche eingibst, Walking Tour, dann kriegst du ja schon viele unterschiedliche Vorschläge. Walking Tour 4K, also in Fernsehstandards sozusagen, Walking Tour Hamburg, Walking Tour New York. Also, es gibt Menschen, die suchen danach. Das ist also die meistgesuchten Themen und Suchbegriffe rund ums Thema Walking Tour. Und wenn ich hier Walking Tour Germany zum Beispiel mal auswähle, dann gibt es hier Videos. Da passiert 23 Minuten lang beispielsweise oder eine Stunde 25 Minuten lang nichts anderes, als dass jemand durch die Stadt, durch Nürnberg beispielsweise, durch Hamburg oder durch Berlin läuft. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, das Ding ist gerade einen Monat online, hat 26.700 Aufrufe. Diese Tour vor neun Monaten durch München dauert eineinhalb Stunden und hat 159.000 Aufrufe. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich das anschauen. Oder durch Düsseldorf 45.000 Aufrufe. Und was passiert da? Da passiert ehrlich gesagt nicht allzu viel. Wenn wir uns da das Ganze uns mal anschauen und da mal reinklicken, dann siehst du gleich, dass hier natürlich schon mal eine Anzeige läuft. Und damit kannst du schon zum ersten Mal Geld verdienen. Wenn du also genügend Views bekommst, dann kriegst du natürlich auch die Möglichkeit, deinen YouTube-Kanal zu monetarisieren und damit richtig viel Geld zu verdienen. Da sieht man erstmal, wie diese Tour aufgebaut ist. Und dann passiert hier nichts anderes, als dass jemand durch die Stadt Berlin läuft. Und das passiert hier eineinhalb Stunden lang. Und man kann sozusagen einer Person, die noch nicht mal ihr Gesicht zeigen muss, und das ist das Besondere, das musst du auch nicht tun, ganz einfach folgen. Und da kannst du dein Handy nehmen, da kannst du aber auch eine professionelle Kamera nehmen, je nachdem, was du gerade hast. Du brauchst keinen Ton dazu zu machen, weil der Originalton, der hier auf diesem Markttreiben quasi los ist, ganz einfach mit übertragen wird. Und ich klicke hier durch und es passiert wirklich nichts anderes, als dass dieser Mensch in diesem Fall hier durch Berlin läuft. Und da kannst du dir deinen eigenen YouTube-Kanal mit aufbauen, sogar mit Original-Content, in dem du einfach nur dein Handy schnappst und anderthalb Stunden durch irgendeine Stadt läufst. Und dann hast du hier die Möglichkeit, unter deinem Video natürlich ergänzend ein bisschen Geld zu verdienen, indem du zum Beispiel, und das macht diese Person hier auch, MyYouTubeGear, Affiliate-Links in die Videobeschreibung einbaust. Also die erste Möglichkeit ist, viele, viele Städte zu besuchen, Videos hochzuladen und zu warten, bis so viele Views und so viele Abonnenten für diese Geschichte da sind, dass du diesen Kanal monetarisierst und über Google AdSense Geld verdienen kannst. Die andere Möglichkeit, damit kannst du sofort loslegen, bei deinem allerersten Video ist, hier in die Videobeschreibung Affiliate-Links einzubauen, zum Beispiel zu dem Equipment, mit dem du unterwegs bist, oder zu Dingen, die zu diesem Thema hier passen. Und was eignet sich dazu besser als Amazon? Denn da gibt es sowieso immer und überall alles, was das Herz begehrt. Und es gibt, das wissen nicht alle, ein Partner-Netz, also ein Affiliate-Marketing-Programm von Amazon. Und da musst du dich ganz einfach nur anmelden, kriegst dann spezielle Links für quasi alle Produkte, die es auf Amazon zu finden gibt und kannst da mit entsprechende Prozente, also prozentuale Beteiligungen, sogenannte Provisionen bekommen, indem jemand auf deinen Affiliate-Link klickt. Was kannst du dafür nehmen? Es gibt unterschiedliche Sachen. Ich habe jetzt einfach mal rausgesucht, zum Beispiel Stadtführer eignen sich natürlich, wenn du eine Walking-Tour durch München machst, dann kannst du das hier zum Beispiel bewerben und kriegst dann einen entsprechenden Prozentsatz für jedes verkaufte Buch, was über deinen Affiliate-Link hier in der Videobeschreibung tatsächlich dann verkauft wird. Und da kannst du spannende, kreative Sachen, Fanshirts von Berlin oder sowas in diesem Fall beispielsweise darunter setzen. Da bleibt der Fantasie quasi keine Sperre. Du kannst alles machen, was du möchtest. Und du siehst, es ist ganz einfach. Und das Tolle ist, du kannst diesen Kanal, den du hast, auch komplett international aufbauen. Denn eine Tour durch eine Stadt, da musst du nichts bei sagen. Du kannst einfach diesen Suchbegriff Walking-Tour, der extrem populär ist und immer populärer wird, weil viele Menschen es spannend finden, anderen Menschen dabei zuzuschauen, wie sie durch eine Stadt laufen. Eigentlich total bekloppt, aber das mag man halt. Auch international aufbauen und so deinen Kanal viel, viel schneller auf viele, viele Fans und Abonnenten bringen. Ich wünsche dir bei dieser sehr kreativen, um die Ecke gedachten Idee, aber bei einer Idee, die definitiv Geld einbringen kann, viel, viel Erfolg. Wenn du weiter Erfolg im Internet haben möchtest, dann schau auch gerne mal hier rechts oben auf das verlinkte Video. Da habe ich dir ein weiteres Video reingesetzt, mit dem du sehr einfach und sehr schnell online Geld verdienen kannst. Viel Spaß da beim Ansehen. Und das war es schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal und empfehle mich gerne auch allen anderen in deinem Bekannten- und Verwandtenkreis, die Lust darauf haben, smart zu investieren und im Internet online Geld zu verdienen. Wenn du auf die Glocke klickst, dann verpasst du auch zukünftig keine neuen Videos mehr hier auf diesem Kanal. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Der Steve von Geniale Geldideen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020